So, hallo Leute! Ich habe neulich ein Infovideo gemacht, in dem ich gesagt habe, dass ein neues Projekt folgen wird, das ich aber erst komplett aufnehmen möchte. Okay, das habe ich gemacht, das sind 29 Teile geworden. Genau, das möchte ich jetzt auch verkünden, was das sein wird. Ansonsten das VVV war jetzt so ein kleines Zwischenprojekt, das werde ich dann dazwischen klopfen, weil ich werde das nächste Projekt immer jeden zweiten Tag hochladen, gegen 14 Uhr meinetwegen. Und dann werde ich VVV dazwischen hauen und wenn ich irgendwelche Kleinprojekte oder noch ein neues Projekt habe, dann werden die in den dazwischen liegenden Tagen kommen. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr dazu übergehen, jeden Tag zwei Parts hochzuladen oder sonst was, weil das kann ich sowieso auf Dauer nicht durchziehen. Und ich möchte vielleicht mal ein bisschen regelmäßig reinkriegen, auch wenn ich die niemals durchziehen kann, aber es macht nichts. Okay, dann verkündige ich jetzt mal das Projekt. Verkündige? Naja, gut. Okay, und das neue Projekt, das ab morgen startet, ist BF3. Okay.